meine stonebox ach da sind ja schon alle steine rausgenommen worden ich habe ja ein metall sogar noch drin hab ich gar nicht gewusst naja gut zu wissen wie spielt haben wir es gerade mal bei gleich drei da bin ich froh das muss ich gleich wieder und glauben kannst du auch nicht mehr weil du es liebst so zu sein ich glaube ich fahre mit meinem schiff darunter dann kann ich schneller mir ein stegel suchen und ich habe immer mein lager dabei da die 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 Du 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 Pinzeln Wenn man... wo ist der stegow hin da ist der level 4 noch schlimmer ich verhungere ich verhungere war Mein kleines Boot, das nennst du klein, ist ein Zwei-Etagen-Boot. Na gut, eine Etage. Eine zweite Etage wollte ich nicht drauf bauen. Es wird hell. Es wird hell. Es wird hell. Hmm. Da ist ein Stego! Ist das der Stego mit Level 10 oder ist das ein höherer Stego? Bleib mir an, du bist tot. Ah, das begreift mir aber an. Nee, auch nicht. Gut. Kilo, Ankylo, wo ist der Stego hin? Mann, sogar in diese Jahreszeit ist man so blind wie ein Blindfisch. Das ist nicht der richtige. Ach, da ist er! Ich Level 10, ich Level 10, ich Level 10, bitte. Level 10. Ah. Ganz ehrlich, gleich gehe ich mich mit Level 10 sogar zufrieden. Halt mal Fernglas? Stimmt, kann man sich auch bauen. Ach, da brauchen wir mal was Spezielles, sobald ich mich erinnern kann, oder nicht? Ich denke, es war ein Fernglas. Ich wollte mir eigentlich einmal so... Hier, dieses Ding wollte ich mir bauen, aber das ist... Ist sehr effektiv, halt mal. Wo gab's denn das noch? Ja, das will ich aber auch nicht extra dafür, dass es hell hoch stellen. Das ist, äh, das ist die Atmosphäre richtig dann schade. Was ist das? Was ist das? Smokegranate? Oh Gott! Rauchgranate kann sich auch bauen. Ach du Scheiße! Ah, da haben wir das. Ah, da haben wir das. Doop Attachment. Eine Metallsichel. Na ja. Ich werde ich zwar lernen, aber bauen tust du mir glaube ich noch nicht. Also, irgendwas war mit dem Ding, was ist... Kein Ding da. Da haben wir. By Glass. Ach ja, Crystal brauche ich zweimal, deswegen hat es nicht gebaut. Jetzt weiß ich es wieder. Und ich habe nur ein Crystal. Haha. Okay, ja, sonst mach ich das gleich mal. Also kann ich dann ja auch ausspülen, welcher welcher ist. Äh, ja gut, das mach ich dann gleich mal. Ich baue mir sofort ein Fernglas jetzt. Aber ich bin jetzt mit etwas. Geh schnell ins Lager, holen wir noch einen Kristall. Dann müsste es funktionieren. Was gibt's denn heute? Brontosaurus-Stake? Äh, Mist, was muss ich jetzt machen? Das muss ich machen. Das muss ich machen. Äh, so. Ich brauche, äh, Fiber, Crystal. Fiber. Fiber. Mann, hast du irgendwas genommen, Laguna? Das wollt ihr nicht wissen. So, dann mal ab ins Lager. Schönes Fernglas bauen. Geh. Dann mal ab. Schwier. Hatte du nichts mit dir im Haufen? Ja. Oh. Whoa. Ich bin dein Auto. ein triceratops kann man irgendwie nie übersehen ja 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 Was hat mich jetzt eingeladen? Wer ist denn das denn? Ach die... Nein, ich geh nicht rüber. Ich geh nicht rüber. Ach. Ich geh nicht rüber. 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 Ich geh nicht rüber.